Ja, kann man mich verstehen? Bin ich laut genug oder muss ich das Mikrofon noch lauter einstellen? Ähm, warte mal. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Was ging da jetzt runter? Hm? Ähm, gut. Ach nee, der Sprudel. Der Sprudel. Der Sprudel ist günstiger geworden. Nee, warte mal, ich kann nicht so... Uäh, ich kann nicht mehr, ich sprudel. Sprudel. Äh, machen wir den 250. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Brudel. Äh, äh. Äh, die Erdnussbutter ist auch runtergegangen. Cool. Oh nee, hahaha. Warte mal, Erdnussbutter muss ich erst mal auffüllen. Äh, um, dass ich da... Die... Da oben. Gut. ich weiß natürlich nicht wie viel über wie viel ich da brauche ist alles soweit leer die sind des wahnsinns ja ist noch was drin glaube ich mal ok warum bleibe ich in der ecke hängen verstehe ich nicht immer diese stolpersteine hier ok ich glaube da würde ich eins noch nachbestellen von jedem öl 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 gelbes öl und grünes öl glühen 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 Ganz kurzen Moment, ich hab da noch was zu erledigen. Haha, hörst du mich? Und wie war das? Ist das gut? Hm? Ich hoffe, das funktioniert. Ja! Hihi! Gut, das hat funktioniert, was ich tun wollte. Hm, wo war ich denn jetzt stinkgeblieben? Was wollte ich denn jetzt? Okay, guck mal, guck mal, guck mal. Ich bin zu verpeilt. Hm, hm, hm. So. Ähm, wie ist das? Äh, Spag... ne, Tee. Sollte ich... Sollte ich das wirklich tun? Reicht. Komm, das lass ich so. Wurbel Tee geht gar nicht weg. Ähm, dann hab ich hier Susu noch. Oh. Ne, das war... Ne, Susu. Wo war denn das Susu? Da! Tju-Tju. Tju-Tju. Hey, das müsste ich eigentlich auch auffüllen. Das, ähm, Erdnussbutter-Gedöns. also doch das holen dauert immer so ewig nee, es ist voll Alter, bin ich so verpeilt Juhu hätte ich bei Herr der Ringe mitgemacht wäre Mittelerde verloren gewesen Spudel Ja, ich laufe dran vorbei Spudelsalz, ja, Salz fehlt auch noch Das halbe Lager ist schon wieder leer Wie soll denn das funktionieren? Wenn die nicht ordentlich kaufen Kaufen, kaufen Was ist denn das jetzt? Was hatte ich denn da hingepackt? Ja Das So Ähm Ah, lalala Salz Zwei Brot brauche ich Das andere weiß ich gerade nicht Doch, da zwei Nudeln Würde ich sagen Eins Ähm Salz Eins Ähm Salz Eins Schoppipik Pukki Pukki Pipp Was habe ich denn jetzt eigentlich drin? Vielleicht kriege ich doch noch ein Regal hin Der halb cool Äh Brot habe ich drin Spaghetti Die War mal zwei Ich guck mal Ich guck mal Haufen Egal wie Ich muss jetzt ein bissl sparsam sein Ja Ja Damit ich die ganzen Sachen da noch hinkriech Okay Okay See Okay Penne Ich hole mir erst das Regal, weil das rückt mich jetzt auf Ich brauch das Lagerregal So So Funktioniert es nicht Auf Egal Was ist das hier neben Na klar Oh Ja 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 Mann Hier kommt dann das Nudel Gedöns Ha Nudel Welcher Vogel hat mir mein Brot von der Straße gesägt? Kochel Kochel Ja Der Der Flögt hier rum Uh Warte mal Hier war Das Gelbe Öl Gelbes Öl Gelbes Öl Gelbes Öl Rot Ich gucke Rot Hatte ich noch keinen Platz Ne Da wird ich keine Spaghetti Man das Wasser Oder Schokie 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 Nudeln Spaghetti Salz Ich höre schon wieder nicht Hau Gott das ist doch ach ach so bescheuert mensch wir haben 20 24 und das internet in deutschland ist sehr schwieriges thema ehrlich spaghetti kommt hier unten so salz balea oder auch mein auge ich brauche ein sprudel die rechnungen die tollen wunderbare rechtigen rechnungen wenn ich das ist nicht da ansatzweise hinkrieg was zu deichseln die haben blatt basmati reis wenn ich das ansatzweise deichseln kann würde ich dann folgetag das mit dem angestellten machen wenn das irgendwie machbar ist jetzt warte bräuch hier nochmal vergesst licht anzumachen das war ja hier ja ho 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 thee thee Was für Martin? Gut, haben wir rumgeswitcht, machen wir den Cookie da hin. Passt ja. Gut, ähm, Milch. Oh nein, ich hab... Ne, das stimmt was nicht. Das stimmt was nicht. Der muss da rüber. Den hatte ich doch schon hier. So, und dann mach ich hier die Milch rein. So, da ist das Mehl. Da hab ich die Nudeln, Spaghetti, Basmati, Reis. Hab ich noch zwei Fächer frei. Oh Mann. Ah ja. Oh Gott. Das wird nicht. Komm, das muss dann hier in die Ecke. Ich kann's leider nicht ändern. Ich hab noch kein... Schönes drittes Regal. Susu war hier. Die Nudeln waren hier hinter. Ne, ne, hier. Käse. Habe ich noch ein Plötzchen für Käse hier oben. Okay. Hm. Gut. Laufen Sie mal Richtung... Ähm... Dingen links. Mensch. Preise sind angepasst? Weiß ich grad nicht. Ähm. Okay, Spudel hab ich gemacht. Ich bin da. Ich bin da. Warte mal. Warte mal, wenn ich den einstelle. Warte mal. Verwaltung. Warte mal. Ne, Einstellung. Ich kann noch keinen einstellen. Das ist doch Schande. Toll. Supermarkt Level 15. Wurde mir jetzt unfreiwilligerweise die blöde Entscheidung abgeholt. Nervt mich grad. ... ... ... Mh. So. ... ... Was willst du mit Karte, ne? 12,50 6,50 Also kann ich mal ruhigen Gewissens gleich noch das Regal kaufen, wenn ich am nächsten Tag aufgestellung aufgegeben habe 30,50 Ich bin verruft Jo 30,50 30,50 30,50 Au, ich kuller hier rum. Das war gar nicht so dumm. Okay, 9,50, 60, 4 Dollar. Definitiv werde ich gerne mir die die Einräumung ersparen. Deine Augen, was ist denn los heute? Oh Gott, die Milch ist gleich leer. Geht ein Rest der Olli nehmen, erholen. Was ist denn jetzt schon wieder? War das zu teuer? Oder... Irgendwas schon wieder leer? Die Milch. Shit. Ähm... Huch. Licht ist an. Okay. Okay. Oh mein... Ich hacke gleich meinen Fuß ab. Das tut so weh. Okay. So schön. Dieser Scheißmerz. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Die stehen ja ineinander. Hier wird keine Liebe gemacht. Das ist ein Einkaufsladen. Das sind keine... Tralala Station für... Liebessachen. Nein. Das ist ein Einkaufsladen. Das ist ein Einkaufsladen. Das ist ein Einkaufsladen. Oh Gott. Ich wollte es versuchen. Nein. Er hat es gemerkt. Winsch. Ding Dong. Eine wichtige Durchsage an unsere Kunden. Wir haben geschlossen. Kuss. 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 90. Gut, raus von der Kasse. Warum springe ich immer? Ich muss nur rückwärts gehen, nicht springen. Oh mein Gott. Nein.